Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in unserem Zug. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. BW Rieke hat für bewegt. Denken Sie bitte daran, dass in unserem Zug an den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen die Verpflichtung zu tragen einer medizinischen Maske besteht. Bitte achten Sie auf die allgemeinen Hygieneregeln. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf www.bahn.de-s-corona. Beachten Sie bitte eventuelle ergänzende Regeln aus den geltenden Verordnungen des Bundeslandes, in dem Sie gerade unterwegs sind. Nach Titisee. Nächste Station. Schluchsee. S1 nach Titisee. Nächste Station. AHA. AHA. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. S1 nach Titisee. Nächste Station. Altglashütten, Falkau. Nächste Station. Altglashütten, Falkau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. S1 nach Titisee. S1 nach Titisee. S1 nach Titisee. Nächste Station. Nächste Station. Titisee. Nächste Station. Titisee. Dr. Zwei und zwei. Nächste Station. Zitiseleitung. Zufall. Und wenn Sie weiterfahren möchten. Drei Berg, Richtung Kaiserstuhl, Kreis an Linie. Dann bitte ich Sie auf Gleis 1 umzustellen. Es heißt, wir haben uns auch wieder oben. Und vom Gleis 1, fährt Sie dann bitte nächster Zug. Richtung Kaiserstuhl, Freiburg. Und den Oberhof. Danke schön. Das ist wiederum. Ja, bitte. Okay, schön. Vielen Dank. Vielen Dank.